Moin YouTube, im heutigen Video spielen wir Solo 2 Unreal, also ehrlich gesagt, einfach auf Konsole, halt zu Unreal. Ich bin hart scheiße auf Konsole, um es klarzustellen, also erwarte jetzt nicht Elite-Gameplay, ich bin free. Hart scheiße. Ich kann das einfach irgendwie nicht, ich weiß nicht wieso. Aber ja, schaut euch das Video an, falls ihr mehr von dem Content haben wollt, wo ich breche auf Konsole. Schreibt uns in die Kommentare. G2 Letty Night Shop nicht vergessen, ich küsse euch jetzt und wir sehen uns im nächsten Video. Danke euch. Okay, Chad, believe dir, Digga? Chad, glaubt ihr, es ist die Runde? Ich believe er. Das ist kein Bot, lol, Digga. Bro, ich hab mich grad, ich hab, no joke, ich hab die Wand aufgemacht, als ob das irgendwie ein Bot ist, Digga. Also, die Leute, die ihre Nahten einfach benutzen, sind halt auch einfach, ey, wirklich Menschen nochmal. Ich, ich, ich will, ich muss mein, ich muss mein Mund wegzügelchen, Chad. Ja, krass. Dieser Pump ist halt so dumm, ne? Die ist so dumm OP, Alter, das ist crazy. Oh, du Scheiße, zu Glück bin ich nicht gestorben, ey, es wär so sauer. Das war nicht mal der, den ich suchte. Nee, also ich sag mal so, wie es ist, ne? Drogen, Drogen sind halt für useless, Digga. Digga, mach dich Boxen oder sowas, Digga. Werd einfach Adrenalinsüchtig, wie ich. Keine Ahnung, geht Boxing, Digga, haut euch kaputt, dann werdet ihr nie wieder danach kiffen wollen. Ihr werdet euch danach richtig gut spielen, auch wenn ihr verliert. Keine Ahnung, macht irgendeine Sportart, geht Fußball spielen. Keine Ahnung, bringt irgendeine Trophäne nach Hause. Viel besser. Dann geht die 44-Bits. Oder so, hast du Spaß, Bruder? Oh, das ist der Typ da unten. Die Blumen gehen mir ja richtig ab. Oh, das ist der Typ da unten. Hä? Okay. Okay. Digga, warte mal, ich bin der fucking Goldoff-Konsole, Digga. Was für Road to Unreal, Digga, das ist Unreal nach der Runde. Digga, no fucking joke, ich weiß nicht, was mit mir passiert ist, Chat, Digga, aber ich war glaube ich noch nie so sehr mutig noch von Sona. Get the fuck out, man, get the fuck out. Chat, sag mal ehrlich, das war schon hart-Cringe. Oh, die Leute sind halt wirklich alle so hohl, ne? Und das macht, gerade das ist der Spaß hier. Die sind so dumm, dass es einfach so einfach ist, weil die so dumm sind. Oh, ich denke, das ist Smooth oder so. Oh, Digga, ich own das Spiel, merkst du das, Digga? Ich own das Spiel, Digga, ich own das, Digga. Ich kenn die Tricks, ich kenn alles, Bruder. In die Kone durch, wie ohne schlank, wie ohne sportlich durchgesprungen. Du fickst mit dem falschen. Du fickst mit dem falschen. Digga. Komm mal her, mein Lieber. Ach, Junge. Aber ich bin einfach besser. Ich hab zwei Mal gemisst. Ich hab einfach drei Mal hintereinander gemisst. Er macht auf, nachdem ich U-136 getetet hab. Ich bin so schlecht. Ey, also wirklich, das ist ein Opfer, ne? Das bewirke ich wieder gegen Ronaldo, Alter. Der Typ meint das wieder so ernst, ne? So was wie ein Hauschuh oder so was, das kommt halt wirklich bei so ernsten Themen wie Klauen und so was. Damit das sich nicht wiederholt und das Kind davon, dass es im Kopf bleibt. Aber so was wie Unterricht scheiße bauen, Digga, das ist eine Kindsache. Das hat jeder von uns gemacht. Digga, das kannst du echt niemanden erklären, ne? Also, auf Ernst jetzt, das kannst du niemanden erklären, Digga. Ehrenlose Lobby bei Gott, Digga. Also, ich weiß nicht, wie man die ganze Zeit weglaufen kann. Ich hab wieder gar nichts, ne? Das ist so crazy, Digga. Kann man, kann man so arm sein, Digga. Ich muss einfach was an meinem Stream machen. Und dann, Digga. Kein zu Feedback lang war Scheiß Alter Du Scheiß Alter Du Scheiß Alter Du Scheiß Alter Du Scheiß Alter Digga dieses Spiel hat echt einen Schaden Ich hätte sogar gewonnen Ich wurde Dritter Ich bin Champion Ich bin so oft kurz vor Win gestorben Weil ich so dumm die ganze Zeit sterbe Es ist so anstrengend Es ist wirklich so anstrengend Ich bin der große Lechi G2 Lechi für dich